Hallo! Wieder mal mit einer ganz anderen Sache bei MOT! Ein ziemlich unaufgeräumter Desktop überrascht euch gerade! Nicht beachten! Gar nicht beachten! Oh, hier ist ja noch alles frei! Da kann ich einiges hin verschieben! Wie das! Oder das! Oder Minecraft! Minecraft bleibt hier! Hab sie auch hier unten in meiner Test gleich! Ihr seht kein echter Mac, nur so ein Skinpack! Ja, ich weiß! Es stehen Millionen Dinger heute an! Ganz viel! So, und wir fangen gleich an! Halt nochmal mit meinem Kanal Skin, um das zu sehen! Ähm, ja, hier ist einiges anderes! Abonnenten! Auch von Root by Mike, wie ihr... Zusehen ist... Dann, zur zweiten Sache... Ähm, ich lade grad Part 8, hoch der Dunkelheit Plus! Mache ich ab jetzt meine Videos... Meine Videos... Meine Videos... Meine Videos... Meine Videos... Ähm, 3D! Da... Sooo... Außer mit... Bäh! 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 Dann lade ich dann halt hier hoch! Wie schon grad gesehen! Ich hab vergessen, ja genau, meine Social Networks, das hätt ich mal öffnen können, aber das ist ja eh eh alles hier! Also wie ihr seht, habe ich hier schon einen festgelegten Skin! Let's play Minecraft Emot, dann haltet man der Name des Parts, der Part selbst und die Staffel! Ähm, Umfragen... Äh, ja, einiges hier! So, dann fangen wir gleich mal an! Twitter! Das ist Minecraft OT! Original TP hat nicht hingepasst, nehme ich einfach OT! Oh, ich hab schon 3 Follower! Wow! Ah, mir da noch Scheiß Werbung! Mh, hell, hell, hell! Ja, hier könnt ihr mir auf jeden Fall folgen! Einfach nur kurz... Ähm... 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 Ja, irgendwo steht bestimmt Follow! Na, tweet, ich könnte jetzt noch schnell was tweeten! Nein! Dann kommen wir zum nächsten zu Facebook! Getorn unter einer Teenie URL! U-a-l! So, das ist meine Fanpage! Gefällt mir unbedingt anklicken! Ganz wichtig anzuklicken! Zwei Personen gefällt meine Page schon! Ah, weh! Aber auch, 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 auch... Ähm... Moment, ich glaub mich mal schnell ein! Mein privates Leben! Ah, shit! Oh, shit! Scheißegal! Ähm... Auch die Page von Mr. Gaming TV HD! Die müsste irgendwo auf meinem Profil hier sein, aber ich auch Admin! Und dann, was ganz einer dazu gekommen ist, Adblock! Also, von Blogger! Worte mir bereitgestellt! Hier zu blocken! Da will ich euch das kurz erklären! Hier ist halt so, da... Info! Box, wo halt das neu ist drin ist! Jetzt ist grad noch Youtube! Protest in Saudi Arabien! Bla, bla, bla! Komm mal weiter! Das müsste eigentlich... Amundern! Kanal der Bundesregierung! Ah, habt ihr das mitgekriegt? Das ist egal! Ach, du Scheiße! Ah, krank! Ja, krank habe ich noch drin, aber ich weiß nicht warum! Und dann noch Apple! Drohnen im Video! Fühle dies vor! Interessant! Wüsste ich jetzt so nicht! Ich klipp mir hier! Ah, jetzt noch Apple! Mehr hab ich nicht! Hier ist gleich der Anfang Blog! Willkommen! Ja, bis jetzt nur ein! Ähm, hier... Ja, ähm, hier seht ihr mich komplett ohne Creeper, Pixel und Black! Hier könnt ihr eure E-Mail eingeben und ihr kriegt die neuesten Blog-Einträge komplett frisch und knackig per Mail. Mitglied dieser Seite werden über mich, ja, das können wir dann auch mal ändern. Hier sind halt die neuesten Umfragen, sollten wir eine Playlist in die Let's Place einfügen. Ähm, da findet ihr mich noch Youtube, Facebook, Twitter, das haben wir ja schon. Und hier sind auch ein paar Videos, also die ersten Videos so. Ähm, dann kommt man hier halt auf die Startseite und dann kann man halt so durch, so. Ja, komm aber nicht nur, eigentlich kommen hier seltener, ähm, eigene persönliche Blog-Einträge, eigentlich hauptsächlich... Äh, 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 ich hab mir keinen Blog geschrieben, ich bin komplett hilflos. Eigentlich nicht nur so persönliche Blog-Einträge, sondern auch ganz oft äh, schriftliche Kommentare ankündigen, von Zusammenfassungen zu meinen Let's Plays, so wie der, wie der, so wie er, so wie Kronkis auf Kronk.de hat, wo dann immer der Titel steht und dann so eine kleine Erklärung ist und doch am besten noch mit. So, aber da, wie er das schon im Samsung-Killer gesehen hat, da hab ich das im Samsung... Nee, das ist ein Part, der hier grad hochlädt. Ja, und dann kommt jetzt auch das, wofür, worauf ich aufgeregt bin. Wir sind da, also als erstes, kommt hier, ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Wunsch-Intro war nochmal Blackscrew, ah, ne, geht nicht. Mein Wunsch-Intro, wir werden uns das Ganze ansehen und ich werde euch, ja, analysieren sozusagen. Und los. Hier ist halt eine Wiese voller Creeper, die so einmal rumschwenkt. Ah, da sind wir schon zu schnell. Da haben wir Teile zu Creepern und man sieht schon hier den Chartern. Denn hier fällt eine Schriftzug runter und gleich noch ein zweiter, der nochmal aufschwenkt. Man sieht jetzt erst alles. Minecraft Original TP und wenn wir nochmal zurückspulen... Hier Let's Play Minecraft hat man da kurz gesehen. Das wird mein Let's Play Trailer. Ah ja, ähm, 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 nicht so schnell. Das wird mein Let's Play Trailer. Und da hab ich ja noch was eingefügt, wo der es ein bisschen verwirrend aussieht, aber man sollte es erkennen. Der schwenkt jetzt nach oben in den Himmel und da fallen lauter Pick Eggs runter. So, dass man dann nichts mehr sieht. Dann noch mein zweites Intro. Ah, 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 schon viel zu weit. Das hat schon eigentlich alles gezeigt. Da kann ich auch nicht viel analysieren. Wir können einfach mal reinschauen. Das wäre dann das Intro für eine Sache, die ich euch später erzählen werde. Und dann noch ein sozusagen das Outro, das ich auch sehr schick finde. Das hätte ich mir besser organisieren können. Ziemlich cool. Ziemlich krass. So, und jetzt probier ich mal aus, ob's jetzt auch funktioniert. Ich hab noch Simple Mind noch nicht getestet, ich hab's einfach nur runtergeladen. Ich hab's auf dem iPad schon probiert, aber da können wir das jetzt gleich hier machen, Ideen. Ich weiß jetzt echt nicht, wie lang das hier wird, weil ich hab einiges zu erzählen. Wo schien wir das mal hier so in die Mitte? Zack. Ähm, 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 ich hab jetzt keiner Hand, wie ich das hier wenn die Schriften... Nööö, ähh? Ah, haaa Ähm, 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 äh. Ähm, PT, oder... Na doch, eigentlich... ähm, OT! Tee, soweit so gut, fügen wir doch einfach mal einen Punkt hinzu, den nennen wir jetzt ganz einfach Let's Plays, Let's Plays, so die Let's Plays, hab ich mir vorgenommen die Staffel zu beenden, Staffel 1 und ich hab mich drauf geeinigt, hab mich mit mir selbst gestritten und bin dann jetzt letztendlich draufgekommen, nein, nein, darauf bin ich nicht gekommen, gut, jetzt streite ich mich doch wieder mit mir, 40 Folgen pro Staffel, natürlich ist es Open End, da muss ich jetzt hier noch mal berichtigen, dass es hier Staffel 1 ist, weil es geht ja weiter, das ist ja mein eigentliches Prinzip, dann wie gesagt die Staffel 2 langsam angehen, So, dann fügen wir hier nochmal ganz schnell und sind wir was dazu und das ist gleich eine neue Idee, das nennt sich Let's Craft, viele denken sich, meine Güter, wie tief ist der denn gesunken? Ja, ich weiß aber, das ist echt, finde ich gut, ähm, das ist halt so ein Video so zwei Minuten lang, ja, das ist ein Video so zwei Minuten lang, wo ich einfach mal crafte, zeige was aus, was gemacht wird, den Blog erkläre, 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 ähm, den Blog erkläre, was also kann, Funktion, Erweiterung, nur so zwei Minuten, eine Episode für die Neulinge, die gerne, die sich mit den ganzen Texten auf mein Wiki oder Minecraftpedia, ich hab keine Ahnung, nicht zurechtkommen, die können sich dann bei mir noch was, was nochmal auf Video ansehen, ich glaub, ich bin somit der Erste, der das macht, oder? Oder bin ich der Millionste, also, hm, auf jeden Fall auch, Open End, na gut, nein, eigentlich nicht, die Blöcke gehen ja irgendwann aus, was kann ich da jetzt mal hinschreiben, eigentlich sagt das schon alles, hm, Woppa, na, so, 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 bap, 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 das Let's Craft, ebenfalls Open End, solange bis die Blöcke mehr ausgehen, aber das ist mehr so, so, bap, 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 das einfach nur so ich bin ja gerade verwirrt ich mache das einfach nur so dass ich das mal wenn ich Lust habe mache und dann halt nach Reihenfolge aber wenn ich es mal mache dann lade ich schon so zwischen drei bis fünf Folgen auf einmal hochweist wäre es nicht Lust da mal so aus langer Weiler einen Block vorzustellen also da haben wir schon ein bisschen Stoff bringen aber schon beim nächsten Mal aber noch eher so ist das eine blöde Farbe kann ich hier die Farbe ändern ich möchte jetzt Planbefung der Planbefung nicht mehr zu gründen was aber eher noch um die Hälfte die Hälfte die Hälfte die Hälfte aber eher noch so die Hälfte die Hälfte die Hälfte also das ist eher noch so ja so wackelig ähm ne Quatsch ne was äh ne was äh ne was äh na genau so er so in Klammern steht reicht da noch nicht weiß ob das mache also da spiel ich halt auf dem Spiel dem spiel Ball um St im Spiel vor Kanzler und da in den Nieren Nier heilig zu uns werden halt besser oder nicht und das hat sich auch nicht so lange handelt ich glaube das schätze ich Allerhöchstens 30 Folgen, die dann aber auch von einem Limit von 5 bis 10 Minuten haben wir eigentlich schon so. Habe ich schon gesagt, dass ich nicht weiß, wie lange das hier wird. Das wird auch so ein bisschen undefiniert, sag ich es mal so. Ja, sag ich es mal so, undefiniert. So, let's craft, let's play, let's play. Okay, mir bleibt noch, ich, irgendwas wollte ich noch tun. Äh, irgendwas wollte ich noch tun. Hätte ich mir mal einen Block geschrieben. Äh, be, 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 be. Ah, ich glaube, ich, dieses hässliche Geld. Raff Lynch. Raff Lynch. Wow, Mr. Gaming-TV-Hadi. Das ist, dass ich bei den Let's Finish ein bisschen mitwirke, also auch immer bei ihm online bleiben. Drinbleiben, immer dabei sein. Hm, ja, ähm, ich hatte gerade noch eine ganz super Klasse. Äh, nee, dann mache ich jetzt hier nochmal so ein bisschen was. Nee, nicht so, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Sag mal Blau, hellblau. Hm, huuuu, huu, huuuu, 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 huuuu. Bewerben. Prozent auch also das ist auch so und so ein Wackelding wenn es noch nicht so durchziehen weil ich ganz versuchen werden Bewerbungen als Partner durchzuführen dass ich auch ein bisschen um Rangkriege um m also ich habe ja viele Prinzipien aber eins davon steht bei mir groß Abo vs. Abo weil generell ich habe jetzt ich kann es mir nicht so richtig leisten jetzt hier die Abos anzunehmen und dann nicht mehr zu antworten das kann ich mir halt nicht so leisten klingt komisch ist aber so weil klingt eigentlich nicht komisch künstlerisch weil er heißt ich habe nicht den Berühmteitsstatus Abo gegen Abo ist anfangs immer viel besser A A wenn man dann halt eh viel mehr Werbung für seine eigene Community hier hat er nicht denn ich denke so er soll man zurück zu dem Alternativ Intro hier das kommt dann bei den Sachen wie Let's Craft vor allem Let's Craft das ist der Grund warum ich mir das eigentlich noch anfertigen lassen bei den Let's Plays oder bei den anderen was mir noch einfällt bei den Let's Plays kommt ja dann hauptsächlich das weil der ja dann auch da steht Let's Play dann geht's halt so hoch in den Himmel und die Pickaxe und das kommt halt immer am Ende ich zeig das hier gerade alles nochmal so dass wir so weit alle A da ich dieses Jahr am Ende gleich so dran fügen werde Videos 3D die Videos in 3D die Videos in 3D mache ich euch das jetzt möglich wenn ihr schon die schlechte Qualität so von Content die Haare schenke ich euch wenigstens das 3D so dann wär's das erste Mal so für den Anfang gewesen ich weiß es nicht wie lange gebraucht haben ah das war wieder lange Upload Dauer um Gottes Willen dann lass ich die Daten das Ding jetzt gleich noch mal am Ende ein bisschen durchrauschen und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen meiner Videos Abo vs Abo das Let's Craft seid dabei das Let's Plays vielleicht ah da ließ Plays noch nicht mal kennen was ist wak 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 ist sp 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 ah und da fällt noch was ein in nächster Zeit sp wer noch mehr von mir Müll und vor allem mehr persönlich ist der kommt dann auf den Kanal er wird hoffentlich so heißen ja das Lachen weg einladen nicht nach beiden Kanäle hoffentlich mein Max Zeug heisst das ist dann sowas wie VLOGS dass wenn ich auf der nächsten Jahr versuche ich auf die Gamescom zu kommen oder ja 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 alles andere mehr persönlich ist von mir ein paar Tutorials nicht nur Minecraft vielleicht auch mal um ein auch so was wie gehen wollen das Prinzip halt mal so Spiele antesten und ein Feedback geben wie ich das persönlich finde das kommt dann alles hoffentlich noch ist auf jeden Fall alles so in Planung und ich lasse es jetzt nochmal am Ende durchlaufen und viel Spaß MOT Abo vs Abo und weiter geht's bo Vielen Dank.